Hallo und Herzlich Willkommen zum nächsten Part of the Fenster wir meinen direkt das versporene Sub-Event mit dem Neon-Ghost Neon-Ghost äh jetzt werden wir aber erst mal schauen ok wow ach nee eh 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 hmm comment Switch Switch ich möchte flüchten und stirbt halt boah lol einfach ein Ex-Mode Neon-Ghost ich kann mir schon denken wo das ist wo er ist hm du bist das wahrscheinlich ja weniger guck mal noch mal ins andere Gebiet äh ja ähm was kann ich dir so erzählen ähm ich nehme jetzt bist du das nein es ist es nicht nein es ist nicht egal ähm ein bisschen Kampf nebenbei ähm ähm äh wir haben die eine lebt nur fürs kämpfen die eine lebt nur fürs kämpfen und die andere ist so gesehen der interpret ähm und und Wegweiser für sie und ja jetzt werden wir erst mal äh diese Folge nur Sub-Event machen und vielleicht noch äh ein bisschen mal äh äh göttliche Wiederbelebung ne da äh ich demnächst möchte äh dass wir sehr 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 da vorne das dass wir sehr 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 viel viel äh höheres Level erreichen oder was wir zumindest mal alle Level 11 kriegen deswegen werde ich auch äh ist eh vergiftet super brauche ich eh dann nicht Formatation Galdo gegen Tiara ich mag ja eh meine Tiara mehr ich finde äh Galdo ist zwar echt cool so und so aber halt passt noch nicht so Galdo und Tiara sind so auswechselbar aber Harley mit ihr Range spreche und Fangs mein Main boah geil wie ich gelaufen wäre ich wäre am Arsch kann ich alle mit Shooting Slash treffen die h h h h h h heller h h h h h gut gemacht Titschert habe ich gefunden komm schon und zwar erst mal screenshot das wird das 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 wird glaubt erst mal flammes so direkt ich hätte ich ja davor speichern sollen das kombo direkt verweisen ich finde ja fang hatten cool verweis aber ich finde da wird wahrscheinlich doch mehr dahinter stecken soll ich schon letztens ansprechen ich denke nicht dass dieses fairways so mächtig ist also bestimmt man um einige stärke aber nicht so krass also ich finde da kann noch mehr kommen dann hat sie bei zang zank gesehen dass wie mächtig der war war schon eine andere liga der gar nicht mal so schwach also den haben wir wirklich nur ganz knapp damals glaubt besiegt und auch die siegel war um einige stärker als wir und die war anscheinend auch nur fernreist das ich hier nicht glauben mag weil es wird ich persönlich enttäuscht auch oder wir können die läufigkeit testen es ja wirklich das dummste verweisen mit mit diesem erschießen anstatt dass sie ihre waffe auf sich richtet ne äh spyware kommt ein spyware schaden dann an die sie ja nächste runde na wo auch cool herkennisse so doch flämmersort das warst du mit dem nein was mit dem bändisch mit dem bänden wir es und beendet was Prozent das ist er kein Team Mitglied bei mir zurückgelassen wirst du mich verarschen ey ich ich hole die so lange wieder bis wir es dann haben gut dass du aus range gehst mega cure alles 700 leben war schnell gehielt jetzt reicht's jetzt reicht's das finde ich ja ich finde ja bis jetzt ist das der coolst animierteste äh Skill wobei man ja nicht weiß was fangs zweite wird oder ihr zweiter wobei ich mir bei ihr was vorstellen kann dass sie dann noch die äh seitlichen waffen benutzt und bei fangs fällt mir echt halt nichts auf ach der kann jetzt nur mal ne weile auto attacken so dann gibst du dir mein energy crystal ich spiel dir jetzt bisschen support so zack zack das kriegt er auf den sack zack 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 doch wenn das so zu zählen um was gibt es noch zu erzählen Prozent Prozent Schröten bei sich cool aus das können noch zehn Prozent das ist wie kacke Ich glaube ja, dass am Ende das Wii darauf hinaus läuft, dass die Dorfer Kooperation wahrscheinlich für den bösen Gott arbeitet und wir es dann halt verhindern wollen. Gibt es keinen schnelleren Weg raus? Ach, ich, ich, ich möchte direkt raus. 61, und wie viel brauche ich? 800, ne? Rival Rank A oder higher. Force Impact. Wir f... Into a single structure. Aha. Äh... Hat irgendwer? Nein! So, jetzt hat Harley mal ein bisschen mehr Damage. Okay, dann müssen wir zurücklaufen, hm, tut mir jetzt leid. Äh... Ja, was gibt's noch zu erzählen? Hm... Äh... Ach ja, genau, äh, für die Leute, die es nicht wissen... Ich persönlich glaube ja daran, dass, ähm... Fang irgendein Geheimnis hat. Ich weiß nicht wieso, aber Fang scheint mir nicht ganz ehrlich zu sein. Aber genauso wie Tiara. Ich hab ja anfangs vermutet, ähm... Ich hab ja anfangs vermutet, ähm... Als ich das erste Mal diese... Tell vom letzten Part gesehen hab, dass die... Äh, die Aras Zwilling-Schwester oder so ist. Weil ich sahen sie ja vom ersten Blick schon irgendwo ähnlich. Oder was heißt Zwilling-Schwester, halt Schwester ist. Ähm... Das sind jetzt alle fertige schon. Oh Gott, das war jetzt so enttäuschend. Talk. Ja, okay. Sequest. Will ich eigentlich nicht. Ähm... D-d-d-d-d-d-d. Ein bisschen machen wir noch, ähm... Da, die sind viel zu teuer. Freen gibt's nichts, okay. Ähm... Ja, ähm... Ach, boah, wie ich alles heute vergesse. Ach, stimmt, Tor könnten wir mal. Okay. Ähm... Und, äh... Komm. Egal, wir machen doch noch das Event. Ähm... Ja. Egal, wir machen doch noch das. Ähm... Tja... Das ist ein Witzender-Einiger! Der Herzstück wird noch mehr mit dem Hügel, an dem der Hügel zu werden. Es wird auch noch mehr mit dem Hügel zu sein. Und das ist das Witzender-Einiger zu werden! Es wird sich mehr mit dem Hügel zu verletzen. Ich bin noch mehr mit dem Hügel zu verletzen. Witzender-Einiger nach meinem Hügel zu werden! Es gibt auch so viele Dinge. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Das war's für mich. Führung von Führung Ok Oh der arme Fang Geht's mal von allen ab Ok schauen wir uns das mal an Oh nein Oh nein Oh Sch travers Oh Na Ach es Ah Ah Ach es Ach es Ach es Ach es Ach es Ach es Ah Ja Wo soll ich wieder gehen? Ahhhh! Ii Kup! Ii Kup! Du bist so großartig! Du bist so großartig, also du bist so großartig! Du bist so großartig! Du bist so großartig! Entschuldigung! Dann können wir den Film von der Zeit, um zu schreiben? Ja, das ist gut! Du kannst nicht mehr so viel mehr, wenn du dich interessiert. Du bist so großartig! Du bist so großartig! Du bist so großartig! Kleines bisschen der Wahrheit! Proper Hygiene! So! Ist ja wirklich ekehaft! Pfege! Hnüuup! Ja! Ja! Noi, ich küsste! ja herzlichen ich hieß tue die alle auch mal ja mal auch auch anebt er da macht mir im nächsten park um im nächsten packt eine göttliche er wieder will er ein Teil von gottheit weg und wer wird sondern die Hauptquests setzen ich wünsche euch fürs nächste nächste auf jeden Fall schon mal viel Spaß und wieder schauen reingehauen in den Baum yo